So und damit, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Black Ops 3 Multiplayer. Und zwar werde ich heute aus zeitlichen Gründen nur ein Level machen. Scheiße. Mal schauen. So. Scheiße. Jetzt muss ich aber alles geben. Vor allem auch, weil es mal nur einer Grund ist. Scheiße. Vorsichtig vorgehen. Ja. Sprungabschuss. Mal gucken, vorsichtig. Okay. Verbündete Drohne nähert sich. Okay. Okay, ein Vorteil, mein Fionz. 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 Mal sehen wie lange das ist Wo ist denn jemand mit dem hübschen Haki? Tschüss Scheiße Konzentrieren Konzentrieren Ohne lehrt Das war China Aber sowas von Mal schauen Mal schauen Wo? Was haben wir denn da? Shit Konzentrieren Was? Was? Oh, sorry Na, nicht hier Wir gewinnen diesen Kampf. So. Hab die Schnauze voll von dem. Hellstorm unterwegs. Scheiße. Die Drohne nähert sich. Das Drohnchen ist nur... Shit. Mal schauen, wohin wird er. Was? No, no. Was hat denn der für ne scheiß Waffe? Wo? Ups. Da bin ich alle. Oh shit. Nicht Zeitsprung, nicht Zeitsprung. Shit, shit, shit. Shit. Du... 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 Oh. Ein weiterer Sieg. Zurück zur Basis. Gar nicht lasst quasi. Wir sehen uns in der Basis. Äh. Oh. Okay. Okay. Gut. Komm her. Okay gut, aber das war's dann heute schon für die Folge Black Ops 3. Wenn der Part euch gefallen hat. Dann nach oben. Werd nicht dann nach unten. Und schreibt in die Kommentare was ich in Zukunft besser machen soll. Und nein. Zielen lernen gilt nicht. Ja dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.